Heute stelle ich euch meine 15 teuersten Düfte in meiner Parfümsammlung vor. Da sind auch noch einige, aber ich glaube 15 Stück reichen, das sind mit die teuersten. Ich werde die Preise immer einblenden, weil ich die jetzt hier aus dem Stegreif nicht in den Kopf alle habe, weil es ändert sich ja auch immer und ich denke mal, ja, dann bis gleich. Freunde, ja, Dennis aka Fragrance Dog aus Hamburg wieder am Start. Ja, meine 15 teuersten Parfüm, Plakons, Düfte in meiner Sammlung möchte ich euch gerne heute zeigen, weil viele gefragt haben, stell doch mal deine teuersten oder was sind deine teuersten Düfte so vor. So, da sind natürlich noch einige andere, sonst wäre das so viel. Ich zeige euch 15 und wir fangen mal mit den ersten an. Electimus Gladiator Oud, ja, geiler Duft. Ich glaube, da sind wir bei 450 Euro, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, ja, 450 Euro ist auch der teuerste, glaube ich, von denen. Geiler Flakon, echtes Oud wird hier drin benutzt und ja, leichtes, entspanntes Oud. Der Duft ist nicht so stark, finde ich, also jedenfalls nicht für einen selber, aber für die Ausstehenden. Also, das ist klar, man nimmt den, man nimmt euch wahr. Und aber ein richtig genial, schöner Oud-Duft und ist lecker, ist richtig gut, gut abgestimmt. Leichte Rose auch im Backend, dieses Rose-Oud-Ding. Und aber von Electimus wirklich sehr schön gemacht. Leicht süßlich, cremig auch noch, richtig guter Duft. Der Nächste ist dann Interlude 53. Amorash, Interlude Man 53, 53% Ölanteil, ein Monster im Flakon, 455 Euro. Ich sage jetzt, die dürft ihr dich im Kopf auf, die anderen, ne, ich werde dich natürlich so, ich werde das trotzdem einblenden, aber 455 Euro, ein Hammerduft. Wer Interlude Man mag, den noch nicht hat, müsst ihr selber testen. Er ist tiefer, er ist runder, er ist einfach besser, das ist ein Meisterwerk im Flakon. Ihr müsst Oregano, ihr müsst Oud, ihr müsst Leder und ihr müsst Weihrauch natürlich mögen. Sonst, wenn nicht, dann kommt ihr auch an Interlude Man. Ja, das wäre ja nichts mit euch, aber sehr geiler Duft. So, dann zeige ich euch mal zwei Tiziana Terenzi Düfte und zwar einmal den Orsa und den Telia. Da haben wir beide, ich glaube 500 Euro, also einer 500 Euro und der auch. Das sind Sommerdüfte, die wirklich bombastisch gut halten, also ohne Ende Inhaltsstoffe drin. Das ist ungefähr wie bei Raja Parfums bei Tiziana Terenzi. Ja, Flakon, das muss man mögen, ne, mit den Seestern und diesen Dinger. Das sind wirklich geile Düfte, die wirklich lange halten. Fruchtig, cremig, putrig und so weiter. Und dann trotzdem, man merkt dieses Meer, wenn ihr euch den aussprüht, ein bisschen synthetisch, jedenfalls dieser hier. Ihr merkt, oder ihr fühlt euch wie am Meer einfach, es ist schon nice. Das Ding ist nur, der Sprüher, ich muss das immer wieder betonen, ich betone das so lange, bis es geändert wird. Der Sprüher ist eine Katastrophe, für den Preis vor allen Dingen. Und das muss ich leider sagen, aber die Düfte, absolut nice. Also diesen beiden, ob das 500, übrigens gleich vorweg, ob die Preise hier gerechtfertigt sind, das müsst ihr selber entscheiden. Fakt ist auf jeden Fall, einer kostet 500, sind sehr geile Sommerdüfte. Ja, dann kommen wir zu Louis Vuitton und da gibt es Ombre Nomad. Ich habe den jetzt mit reingenommen, weil Louis darf hier in diesem Fall, in dieser Sammlung jetzt nicht fehlen, die ich jetzt vorstelle. Ist natürlich mit 345 Euro, nee, 360, glaube ich, kostet aktuell, sogar ist hochgesetzt worden, ist auch heftig. 360 Euro, natürlich weit nicht der teuerste. Ich hätte jetzt auch Oligage oder Isola Blue vorstellen können. Der kostet 490, den habe ich jetzt hier nicht drin, zum Beispiel, weil Roger Parfums kommt noch. Aber Fakt ist, Louis, habe ich den hier und Ombre Nomad, dieses Oud, dieses Leder, dieses dunkle, dieses extrem starke, der hält ewig und so weiter und so fort und geil. 345 Euro, also Louis, sein teuerster Duft, 360 Euro, Zori, glaube ich, und ja, den solltet ihr auf jeden Fall haben. Aber ich glaube, den hat fast jeder inzwischen. So, dann kommen wir zu zwei Düften von Clive Cushenson. Da weiß ich die Preise nicht. Ich bin der Meinung, einer kostet 585 Euro. Und da reden wir von Hedonistik und kann ich schwer lesen, das ist der Ästhetik, glaube ich. Ich kann das überhaupt nicht lesen gerade hier. Ästhetik, ich werde es einblenden. Das sind geile Düfte, ne? Übrigens, Clive Cushenson, meine Frau macht jeden Duft von dieser Brand. Vergisst mal, man redet immer von anderen, man redet aber nicht von ihnen hier. Also das sind Düfte, also jedenfalls nicht so wie von anderen, das reden wir von einer Qualität, die, ich wollte gerade sagen, die ihresgleichen sucht. Also die Brand muss sich vor Roger Parfums nicht verstecken, zum Beispiel. Obwohl man trotzdem, muss ich sagen, bei Roger Parfums immer einen Unterschied noch riecht. Also die Qualität merkt man schon und es bringt auch keinen Dupe. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, Dupes direkt nachzumachen. Ich kenne einen sehr geilen Enigma-Dup. Ist aber jetzt nicht groß von einem großen. Den hat mal einer aus Lissi-Holstein nachgemacht. Also, ich habe den, weil wir noch hier irgendwo stehen. Ich muss sagen, der ist wirklich ganz gut gemacht, als ein Enigma-Parfum, als Beispiel. Aber, weil viele sagen, und es wird auch hier wieder kommen, frag mich bitte nicht, keine Dupes oder so. Ich weiß es nicht. Fakt ist, es geht jetzt nur um diese hier, wie gesagt, ich stelle Originale vor gern. Ich benutze grundsätzlich Originale. Die ganzen Dupes, die ich immer zeige, die stelle ich wegen euch vor. Ich kaufe sie wegen euch, damit ihr, weil es gibt eben Leute gleich vorweg, das verstehen auch viele nicht, die sich eben so eine Düfte nicht leisten können. So, und gerade in der heutigen Zeit ist das so. Man kann natürlich darauf sparen, aber selbst das geht nicht. Und wenn man denn Düfte für 19 Euro kriegt, ich stelle die gern für euch vor. Es gibt ja bestimmt welche, die das nicht gern mögen. Das ist, keine Ahnung, Nische ist auch nicht immer hier. Man muss auch mal ein bisschen runterkommen, sondern ohne Designer, ohne günstige Düfte wird es die hier gar nicht geben, weil man darf nicht vergessen, wo die herkommen. Die sind auch erst später gekommen. Vor allen Dingen in der Hype in Deutschland ist später gekommen. Ich benutze auch mehr Nische. Jetzt predige ich das nochmal hier runter. Vielleicht mache ich auch endlich mal ein Einzelvideo dazu, keine Ahnung. Ich benutze auch grundsätzlich mehr Nische. Ja, die stehen alle nebeneinander, Designer, und dann kommen Nische. Ich greife immer mehr zur Nische. Ja, weil es geil ist, es ist einfach ein bisschen anders. Aber es gibt auch Schrott in Nische. Genauso natürlich andersrum im Designerbereich. Aber zu sagen, das und nichts anderes. Da muss ich jetzt nicht so sagen, ihr seid nicht besser, nur weil ihr Nische tragt. Das macht keinen Unterschied. Also der Charakter oder wie ihr seid, ist der gleiche. Also ein bisschen mitdenken. Ich wollte nur sagen, aber ich predige das schon so oft. Es geht ja auch nicht um Zillage und Hypebarkeit. Es geht einfach um Nische und Designer. Aber grundsätzlich immer mich nach, jetzt kommt das, was ich sagen wollte, mich grundsätzlich immer nach Dupe zu fragen, macht keinen Sinn. Ich werde darauf keine Antwort geben. Ich weiß auch nicht, mich interessiert das in den Endeffekt. Ich kaufe ein paar, wo ich sage, okay, ich teste die für euch, die stelle ich euch gerne vor. Das mache ich so, wie ich jetzt in meinem Short-Video das gestern gemacht habe oder die Woche, nicht gestern, die Woche gemacht habe mit dem Allure on Sport Nachbau da, Allure oder Alpine Sport, wie die, keine Ahnung, von Mason Alarm. Ich stelle das gerne vor. Auf jeden Fall, ja, diese Dinger sind geil, riechen cool, richtig. Vor allen Dingen der Helonistik ist für mich ein sehr geiler Duft, aber eben auch sehr teuer. Ob ihr teuert oder nicht, das müsst ihr selber wissen, auf jeden Fall geile Düfte. So, der nächste ist Ascento, und zwar Purple Ascento. Da haben wir ihn. 700, ich glaube, das ist der teuerste Search of Duft, jedenfalls aus dieser Kategorie hier. Nicht wundern, dass der Flakon so aussieht, das ist ein Tester. Der Original sieht so aus, mit allen möglichen Steinen dran. Im Endeffekt habt ihr Ascento mit Uth, genau. So, echtes Uth auch, soll auch echtes Uth sein, deswegen auch in dieser Preiskategorie. Ich meine, gut, Electrumuster ist auch echtes Uth drin, kostet definitiv nicht 700, sondern 400, der kostet über 700. Natürlich macht das auch der Flakon, aber nochmal diese ganzen Steine da dran. Ich habe das schon mal gesagt, viele denken immer, die sind so wertvoll. Aber es ist egal, der Inhalt, genauso wie hier, das ist ein Tester, nochmal danke an Classic Parfums. Fakt ist, der Inhalt ist der Wichtigste, der Stoff, der Saft. Und deswegen muss ich schon sagen, also ist nice, kann man auch bei Wärme tragen. Das Uth macht so ein Background, ist gar nicht so ein extrem starkes Uth, aber es ist auch wieder so ein Duft, den andere extrem stark wahrnehmen. Also immer vorsichtig mit der Dosierung. So, der nächste, der ist jetzt nicht mehr so teuer, aber meine Frau, ich habe den mal von meiner Frau bekommen, geschenkt bekommen, ganz am Anfang, wo er rausgekommen ist, für 400 Euro kam er da für Sunshine Man von Amorage. Jetzt kostet der, glaube ich, gar nicht mehr so viel, aber 400. Natürlich gibt es wieder Düfte, die über 400 in meiner, noch da sind, da hinten stehen, aber ich habe den genommen, weil Amorage hier noch nicht, außer der Interlude Man. Ich musste den Sunshine Man einfach reinnehmen, weil es einer meiner Lieblingsdüfte ist, mit der Strohblume, den Orange Brandy, geiler Duft. Das ist nämlich die alte Version noch, deswegen sieht der auch so aus und nicht. Grün hält 16 Stunden, Ausstrahlung über 12, 13 Stunden. Ihr werdet so lange wahrgenommen mit dieser alten Version. Einer der geilsten Sommerdüfte, die es gibt, beziehungsweise kannst du das ganze Jahr tragen. So, dann kommen wir wieder, oder noch einer von Search auf, und zwar Cylon aus der Uth-Reihe. Ja, Cylon ist der mit der teuerste aus der Uth-Reihe. Das müsst ihr aber mögen, das ist wirklich am Anfang, ihr habt da wirklich dieses, ihr sagt immer Kuhstahl. Es ist eben Honig und Uth, Honig und Uth. Das ist natürlich eine Kombi, ich finde sie geil. Vor allem nach 5 Minuten ist das einer der geilsten Düfte, die es gibt aus der Uth-Stars-Reihe. Wirklich. Wow. Geil. Also ich muss schon sagen, also Honig, Uth, Bergamotte, das hat schon Steel Cylon einer der besten von Search of, finde ich. Und wenn wir schon bei Search of Rinkommen, noch einer, und zwar Search of Om. Ja, und das ist Oldschool, Barbershop, aber wirklich Oldschool, ein bisschen Touch, teuer. Geil aber. Bombastische Hyperkeit. Schiebreduft. Von aller Feinsten, finde ich. Sehr geiler Duft. Alles Mögliche drin. Bergamotte, Würzig, Moos. Wirklich den Oldschool-Touch. Aber der Om ist, wow. Das ist auch ein Meisterwerk, in meinen Augen. Wirklich ein sehr geiler Duft. Wenn ihr den ein bisschen günstiger haben wollt, müsst ihr mal Etwasken Water von Bianchi. Wie heißt sie? Francesca Bianchi. Etwasken Water. Den solltet ihr mal ausprobieren. Der ist eh nicht diesen Search of Om, aber nicht ganz so wirklich dran. So, dann kommen zwei Düfte von Fuergenz de Bois. Ja, und zwar Oud Noir Intense und Oud Orange Intense. Ich hoffe, dass ich den richtigen Getränk geholt habe, weil da hinten sind noch zwei andere. Ich glaube, das sind die teuersten mit. Also die kosten auch gut. Ich habe da noch... Ich glaube, nee, das sind, glaube ich, die. Ich glaube, die sind sehr... Das sind die teuersten. Ein sehr geiler Orangenduft hier, der Oud. Und ja, süßlicher Orangenduft. Und den Oud Noir, der wirklich nach Kuhstall auch wirklich stark riecht. Die gehen schwer. Die Decke sind sehr fest drauf. Und ja, das muss man mögen. Kommt aber sehr nice an Anfang. Doch wirklich Kuhstall, wie man so schön sagt. Und dann Oud. Aber, obwohl der hält ganz gut, aber normalerweise haben die ein Problem, obwohl sie so teuer sind. Die Brand mit der Heilbarkeit. Und auch, finde ich, mit der Ausstrahlung. Aber die Beine, schon von Feinsten. Oh, zwei Euro heute richtig warm, ne? Oh, wieder richtig knöppelwarm. So, und jetzt kommt zu guter Letzt. Ja, Teif Oud. Ein sehr geiler Orangenduft, 725 Euro. Aber da merkt ihr einfach die Qualität. Auch von den anderen, die ich es vorgestellt habe. Ein Oud-Duft von aller Feinsten. Leicht, entspannt, trotzdem wahrzunehmen. Könnt ihr das ganze Jahr tragen. Absolut nice. Ja, und dann kommt der 990 Euro Duft oder 1000 Euro Duft Diagelev. Und einer der besten Düfte in meiner Sammlung. Einer der besten Schiebdüfte. Ich muss aber schon dazu sagen, das muss man mögen. Wer also auf so eine Art Düfte nicht steht, braucht sich den gar nicht antun, sage ich mal. Der Deckel ist nicht so fest wie bei den vorigen ganzen Buah-Düften. Absolut geil. Da kriegst du einen zu viel. Da kriegst du einen zu viel. Ich sag euch das. So, lassen wir es lieber. Das waren meine teuersten Düfte. Natürlich, wie gesagt. Ich habe da einige andere Roja Parfums. Ich habe noch Search of Düfte aus der 17-17 Reihe. Stehen da noch andere. Die sind ja eh nicht teuer. Und so weiter und so fort. Aber 15 Stück reichen. Das waren mit die teuersten. Und ja, schreibt mal runter, was eure teuersten Düfte so sind. Und dann, ja, schwitzt weiter. Ja, geil. Jedenfalls draußen. Nicht drin. Also Leute, reinhauen. Schönen, 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 Schönen. Schönen, Schönen, Schönen. Schönen, Schönen. Schönen, Schönen, Schönen. Schönen, 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 Schönen. Schönen, Schönen.